Hallo, ich bin der Jens von Conway. Ich möchte euch eines unserer Highlights für die Saison 2018 kurz erklären. Es handelt sich um das Mountain Trail Concept, hier das Modell EMT. Mountain Trail Concept ist ausgestattet mit dem Shimano E8000 Antrieb mit 504 Wattstunden Akku. Konzeptionell ist es sehr bergab orientiert, das heißt, wir haben vorne eine 140 mm Gabel, wir haben eine 203 mm Scheibenbremse, wir haben relativ kurze Kettenschreben mit 450 mm, das heißt, wir haben auch beim bergauf fahren noch relativ viel Druck am Hinterrad und beim bergab fahren ist das Rad trotzdem noch sehr agil. Wir haben zwei Modelle aufgelegt. Das Modell, was wir heute sehen, ist mit 27 5 Plus Reifen ausgestattet. Es gibt aber auch noch eine MX Version, das heißt vorne 29 Zoll, hinten 27,5 Zoll. Das heißt, beide Rahmen sind auch kompatibel, das heißt, ich kann beide Laufradgrößen verwenden.